Keyboard Switzerland entwickelt und produziert seit 1991 Elektrofahrzeuge hier in der Schweiz. Unsere bekanntesten Produkte sind unsere Elektro-Dreuräder, die man überall auf der Strasse sehen kann. Heute im Salon sind wir mit drei Fahrzeugen vom Modell E-Rod vertreten. Eines davon ist homologiert für die Strasse in der EU und in der Schweiz. Und die anderen beiden sind Konzeptfahrzeuge, einmal der E-Rod Offroad und einmal der E-Rod Race. Wir haben letzten Winter über die Zeitspanne von einem Monat die Möglichkeit gehabt, eine TCS-Strecke in Les Diableres mit vier Fahrzeugen vertreten zu sein. Bei dieser Gelegenheit konnten wir natürlich viel Spass haben auf dem Schnee. Und auch unser Fahrzeug bei kalten Temperaturen und ganz widrigen Verhältnissen testen, was sehr viel Spass gemacht hat und was auch gezeigt hat, dass meistens der Fahrer müde ist, bevor die Batterie anernd leer ist. Das Spezielle ist, dass sie eigentlich nur einem Zweck dienen und zwar am Spass. Also dass Fahrzeug Fahrspass vermitteln soll, ohne dass man sich irgendwo in eine Gefahr begibt, sondern dass man einfach nur Freude und Spass am Fahren erleben kann, ohne auch der Umwelt zu schaden mit einem Verbrennungsmotor. Es gibt die Möglichkeit, das Fahrzeug in einem Bauseminar bei uns zu bauen. Das heisst, man kommt für eine Woche zu uns in die Werkstatt und tut unter der Anleitung von einem Experten sein eigenes Auto zusammensetzen. Und je besser, dass man in mechanischen Belangen ist, desto mehr macht man selber. Wenn man etwas weniger fit ist, dann hilft unser Mechaniker, unser Experten etwas mehr. Und am Ende der Woche hat man ein fertiges Fahrzeug, das man einlösen kann und sofort auf die Strasse fahren kann.